Wie ich mich fühle? Heute fühle ich mich richtig gut, weil ich spielen durfte und das hat echt Spaß gemacht. Wir haben es heute geschafft, zwei Szenen zu drehen und wir sind sehr stolz darauf, dass wir die fertig bekommen haben und wir haben die auch in verschiedenen Perspektiven gedreht. Also wir sind sehr stolz auf uns. Wir waren schon sehr fleißig heute. So, we are making background music for our film with Maria. Let's start your guitar. Cool, I think this is good. Es ist ein Projekt, wo eine Willkommensklasse und eine deutsche Klasse zusammenkommen. Deswegen auch Mix It, wo wir mixen. Und wir machen hier drei Filme zu einem bestimmten Thema. Unser Thema ist Meinungsfreiheit. In den ersten Tagen haben wir erstmal nur alles zusammengesammelt und über dieses Thema Meinungsfreiheit gesprochen und was uns daran wichtig ist. Und heute waren wir am Brandenburger Tor, um ein paar Leute zu fragen, was sie über die Meinungsfreiheit denken. Für mich ist, was ich denke, ich kann sagen. Hier in diesem Projekt Mix It, ich denke, das ist wunderschön. Weil wir können zu viel machen und wir haben eine neue Experience. High Fernsehen. Musik 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 Musik